Diktate aus dem deutschen Schrifttum Johannes Trojan Ameisen Wunderbar ist es zu sehen, wie die Ameisen in gefährlichen Augenblicken handeln. Werden sie in ihrem Neste gestört, so scheinen sie in große Aufregung zu geraten. Eine große Anzahl kommt herausgelaufen, um zu sehen, welche Art eigentlich die Gefahr ist und wo der Feind steht. Andere aber gehen fort ans Retten. Mit größter Besonnenheit bringen sie ihre kostbaren Schätze, ihre geliebten Eier oder Puppen in Sicherheit. Und nicht etwa laufen sie ratlos mit ihren Schätzen umher und vielleicht gerade dem Feinde entgegen, sondern sie tragen einfach ihre liebe Brut ein paar Stockwerke tiefer in die Erde, schließen die Tür ab und sagen, so, vorläufig sind sie geborgen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020